Ach, was geht, Bruder? Ja, Bruder, danke, dass du mich auf jeden Fall mitnimmst, Bruder. Bruder, ist doch kein Thema, ja? Ich bin zu spät gekommen. Ja, alles gut. Erzähl mal, Bruder, was passiert, ja? Bruder, gestern, ich lauf so durch die Stadt durch, ne? Auf einmal, das ist so ein Obdachloser, Bruder. Der beißt mich einfach. Wie, der Hundesohn beißt dich, Bruder? Ja, Bruder, der hat mir einfach in den Arm gebissen, Junge. Ich hab auch so mies Kopfschmerzen und so, ganz komisch. Der hat dir in den Arm gebissen? Willst du mich verarschen, Bruder? Nein, ich verarsch dich nicht, Mann. Der hat mir übrigens den Arm gebissen. Aber die geht es trotzdem gut, da ist jetzt nichts. Zeig mal die Verletzung noch mal. Ja, hier, Bruder. Bruder, der hat sich auseinandergeguckt, Bruder. Was ist das an meiner Brühe? Ich muss hier drehen, Bruder. Hey, Bruder, komm. Ey, wir sind schon wieder zu spät. Alles G***. Warte, lass mich klopfen, ich klopfe. Einmal bitte Ruhe. Einmal bitte Ruhe. Einmal bitte alle Ruhe. Wissen Sie, wo der Aziz und der Murat ist? Äh, wir sind hier. Aziz. Ach, ein wunderschön, Sie sind wieder zu spät. Ja. So, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ja, kommen Sie rein. Setzen Sie sich bitte hin. Ja. Zehn Minuten zu spät, das schreibe ich in Ihr Heftchen ein, okay? Ja, machen Sie. So, Klasse 7b, willkommen. Mein Name ist Dr. Heisenberg. Heute Chemieunterricht. Eure Lehrerin ist leider für die heutige Stunde krank. Deswegen übernehme ich auch die Schulstunde. Janina, ach, da bist du. Ja, Janina. Spongebob, Fettkarl, Sonic. Sie sind auch da, sehr gut. Aziz, leider zehn Minuten zu spät, das muss ich auch scheißen. Ey, ist doch scheißegal, ich bin doch wenigstens pünktlich gekommen. Nein, Aziz, ich bitte nicht. Abholen. Sie sind sich aufgerufen, high five, wenn Sie reden wollen. So, perfekt. So, Klasse 7b. Einmal Ihre Mathebücher rausholen, denn Chemie hat eine Verbindung mit Mathe. Ja, Herr Heisenberg. Ja, bitte, Murat. Ich muss einmal, ich hab Hunger. Ja, ich muss auf Klo. Machen Sie bitte schnell, gehen Sie bitte aufs Klo. Deswegen soll das zu spät kommen, ja? Herr Heisbeck. Bitte hopp, hopp, schneller, hopp, schneller. Er wurde gebissen von einem Obdachlose. Ja, und sowas finden Sie lustig? Nach hinten. Niemand lacht hier. Das ist eine schlimme Verletzung. Schäm dich, Aziz. Schäm dich. Halb deine Fresse, Sebastian. Schäm dich. Was macht Roblox hier? Nicht beleidigen. Okay. Sebastian hat heute eine Eins geschrieben. Sebastian, du, oh, oh. Seine... Ich lege ihn. Ich gehe kurz Ihre Eltern anrufen. Sie bleiben alle hier. Ja, okay. Herr Mahmoud ist die ganze Zeit schon nicht da. Soll ich mal kurz gucken, ob es Ihnen gut geht? Ja, das sind schon sieben Minuten. Gehen Sie bitte vor uns. Okay, okay. Mahmoud, hallo. Mahmoud, was ist mit dir passiert? Mahmoud, oh mein Gott. Oh mein Gott, Mahmoud. Oh mein Gott. Jungs, oh mein Gott. Irgendwas stimmt mit Mahmoud nicht. Irgendwas ist faul. Oh mein Gott. Lauf. Sebastian, komm mit. Sebastian, lauf. Heißberg, was müssen wir tun? Wo müssen wir hin? Alles gut. Mein Auto ist da hinten. Wir hauen einfach ab. Komm mit. Sie müssen ruhig bleiben. Halt, nein. Auf gar keinen Fall. Verziehen Sie sich. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Zum Auto. Renn zum Auto. Lauf. Fahr. Fahr. Oh mein Gott, nein. Heißberg. Heißberg. Komm, ruhig, bleib ruhig. Wir fahren. Okay, wir holen Hilfe. Wir fahren zu einer Militärbasis. Scheiß drauf, okay? Ja. Wir kommen hier weg, Mann. Scheiße. Schneide ich an. Schneide ich an. Ja. Ich habe Sebastian tausendmal gesagt. Bruder, steig nicht aus bei Tankstelle. Aber nein, er konnte ja nicht hören. Alles. Oh mein Gott, das ist die US-Basis. Perfekt, perfekt. Okay. Steig. Oh, verdammt. Ich bin in Sicherheit. Hey. Gott sei Dank. Okay, okay. Alles gut. Stopp, stopp, stopp. Zurück. Hier geht es nicht weiter. Okay, Mann. Zurück. Wer sind Sie? Hören Sie zu. Es geht um ein... Das ist ein militärisches Sperrgebiet. Zombie-Apokalypse. Verstehen Sie nicht? Es gab einen Breakdown. Die Welt geht unter. Sie müssen was... Zombie-Apokalypse. Ich glaube, Sie sind verrückt geworden. Gehen Sie zum Auto. Ich meine es ernst. Sie müssen was... Gehen Sie verdammt nochmal zum Auto. Sie müssen was tun. Bitte nehmt Sie mit und wechselt Sie zum Auto. Verstanden? Die restlichen Soldaten und die größte Basis. Okay. Ich komme ja schon. Hey. Bleiben Sie still. Und hören Sie mir zu, verdammt. Gehen Sie zum Auto zurück. Sofort. Wir werden die weiter. Was wollen Sie denn von uns? Es gibt Zombies. Sie sind hier. Sie sind unter uns. Schalten Sie hier hinein. Gucken Sie doch in den Nachrichten. Oh, da wird es verschleiert. Hä? Spucken Sie es aus. Amalakotobu kepper. Verschwörungstheoretiker. Gehen Sie verdammt nochmal zurück. Ich gehe nicht zurück. Ich muss da rein. Ich muss in Sicherheit. Verstehen Sie das richtig? Beinkontakt. Beinkontakt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Gehen Sie bei Seite. Oh, mein Gott. Gehen Sie zu den Helikopter. Steigen Sie ein. Heilige Scheiße. Oh, mein Gott. Es sind so viele. Rückzug. Sie bleiben da, wo Sie sind. Rückzug. Wir werden uns. Scheiße. Oh, mein Gott. Verdammt. Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Oh, mein Gott. Nein. Oh, Scheiße. Was? Was? Wow. An alle Einheiten in der Basis. Rückzug. Rückzug? Die Basis ist verloren. Was meinen Sie, die Basis ist verloren? Passen Sie auf sich auf. Die Basis ist verloren. Nehmen Sie mich doch mit. Nein. Wo ist mein Auto? Oh, Mann. Ich halte es nicht mehr aus in dieser Zombie-Apokalypse. Ananasi, Kim. Wäre ich lieber Türkei gegangen. Aber nein, ich konnte ja auf niemanden hören. Ja? Amerika, Amun Aro. Wohin f*** ich diese Amerika? Hast du mein Leben zerstört? Frankfurt! Ich kann diese Zombies auch nicht mehr sehen. Oh, Mann. Oh, das Haus sieht gut aus. Zum Plündern. Oh, fuck. Was ist hier los? Hallo? Wer ist da? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was zum? Stopp. Wo bist du, Mann? Was ist hier los? Wo? Nichts. Alles gut. Ich bin... Kommen Sie mit. Okay. Kommen Sie mit. Ich bin nicht bewaffnet. Alles gut. Kommen Sie mit. Also, was kann ich für Sie tun? Nichts. Alles in Ordnung. Ich... Oh, Gott. Sie haben hier echt ein Zombie-Problem. Ich wollte nur nach Nahrung suchen. Wir leben schon seit längerem hier. Seit es ausgebrochen ist. Ja, verstehe. Ja. Ich weiß, wie man dieses Zombie-Problem löst. Wie? Gucken Sie sich meinen Bruder an. Er wurde am Kopf gebissen. Ich habe bei einer Operation an ihn ausgeführt. Gucken Sie sich an. Es geht ihm super. Es geht ihm super. Ja, ja. Ich sehe das auch. Denen geht es ja wirklich gut. Der ist auch geistig noch da? Ja, der ist geistig noch da. Ah, gut. Sie haben den Kopf operiert, ja? Ja, ich habe ihn. Hören Sie mir zu. Hören Sie mir zu. Ich weiß, wie man dieses Problem löst. Ich weiß es. Fünf Vlogs weiter. Fünf Vlogs weiter. Da ist ein großer Palast. Böse Männer. Böse Männer. Die müssen Sie ausschalten. Ausschalten. Wer sind diese Typen? Böse Männer, böse Männer. Was haben die aber gemacht? Diese Leute, diese Leute, die haben dieses Virus ausgebrochen. Wegen denen sind alle Zombies. Okay, fünf Vlogs weiter haben sie gesagt. Fünf Vlogs weiter. Ist ein großer Palast. Können Sie sehen? Ein großer Palast. Okay, ich werde mich darum kümmern. Ich kümmere mich darum, danke. Alles klar. Heide, Bruder. Ich küsse dein Herz. Kein Problem, kein Problem. Heide, Bruder. Ciao, ciao, ciao. Abi? Yeah. Abi, ich küsse deine Hand. Ja, ja. Abi, pass auf mich auf, ja? Ja, ja. Okay, Abi. Ist das 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 Palast? Okay. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist zum... Oh mein Gott. Wer bist du? Oh mein Gott. Wer bist du? Was machst du hier? Schau dich kaputt, Brutto. Du hast diese Infektion gemacht. Du bist der Cheffe von dieser Scheiße hier? Hä? Du wirst sehen. Hä? Wie? Ich bin nicht der Cheffe. Ich bin nicht der Cheffe. Ich bin nicht der Cheffe. Am, am und auch? Okay. Okay. Du! Warum tust du das der Menschheit an? Was ist dein Problem? Du wagst es hierher zu kommen, nachdem ihr uns all diese Jahre wie Dreck verhandelt habt. Jetzt ist eure Zeit. Guck nach draußen. Alles Zombies. Harte. Hauen wir jetzt Chey, Bruder. Okay, Chef. Er geht jetzt echt Chey holen? Jani, wo habt ihr den rausgeholt? Von Gen-Nem oder was? Jani, was ist das? Du machst gar nichts mehr. Du gehst jetzt weg. Du machst diese Zombie-Virus zu Ende jetzt. Es reicht. Wer bist du, dass du mir befehligst? Wer bist du? Wie redest du mit mir aus deinem Problem? Hä? Adel, klär das mit ihm. Holla. Das ist alles. Oh mein Gott, wer ist das? Was zum Teufel? Oh mein Gott. Ich bin der erste Rapper mit Inhalt und Message. Es geht um Drogen, Huren und immer um Neckes. Rapper machen Ansagen und Absagen.